Der Landkreis Witzenhausen war bis 1973 ein Landkreis in Hessen. Sein ehemaliges Gebiet bildet heute den nördlichen Teil des Werra-Meißner-Kreises im Nordosten von Hessen und umfasst die Städte Witzenhausen, Bad Soden, Allendorf, Großheimerode, Hesse-Schlichtenau, die Gemeinde Neu-Eichenberg sowie den Gutsbezirk Kaufungerwald. Sitz des Landkreises war die Stadt Witzenhausen. Geografie Der Landkreis grenzte Ende 1973 im Urzeigersinn im Nordwesten beginnend an den Landkreis Göttingen in Niedersachsen, an den Kreis Heiligenstadt im Bezirk Erfurt der DDR sowie an die hessischen Landkreise Eischwege, Melsungen und Kassel, Geschichte. Der Kreis Witzenhausen wurde 1821 durch kurfürstliches Organisationsedikt aus den damaligen Ämtern Allendorf, Lichtenau, Ludwigstein, Großheimerode und Witzenhausen gebildet. Am 1. Januar 1837 wechselten die Gemeinden Düdenrode, Kammelbach und Offerrode aus dem Kreis Eischwege in den Kreis Witzenhausen. Ein Gebietsaustausch erfolgte im Rahmen des Wandfrieder-Abkommens am 17. September 1945 die vier Gemeinden Asbach, Sickenberg, Watterrode und Weidenbach wechselten aus dem Landkreis Witzenhausen in den Landkreis Worbes in der sowjetischen Besatzungszone. Die beiden Gemeinden Neuseesen und Werleshausen wechselten aus dem Landkreis Worbes in den Landkreis Witzenhausen. Zu Beginn der 1970er Jahre änderten sich mehrfach die Außengrenzen des Landkreises. Am 1. Dezember 1970 schied die Gemeinde Wickenrode aus dem Landkreis aus und wurde in die Gemeinde Helsar-Wickenrode im Landkreis Gassel eingegliedert. Am 31. Dezember 1971 schieden die Gemeinden Hamut-Sachsen und Hasselbach aus dem Landkreis aus und wurden in die Gemeinde Waldkappel im Landkreis Eschwege eingegliedert. Am 1. August 1972 schied die Gemeinde Sankt-Ortilien aus dem Landkreis aus und wurde in die Gemeinde Helsar im Landkreis Kassel eingegliedert. Im Rahmen der Gebietsreform wurden die Landkreise Eschwege und Witzenhausen am 1. Januar 1974 zum Werra-Meißner-Kreis zusammengeschlossen. Einwohnerentwicklung, Politik, Landräte 1868 bis 1875 Thomas Boch, 1875 bis 1884 Friedrich Bernstein, 1884 bis 1895 Bernhard von Schenk, 1895 bis 1917 Heino von Bischofshausen, 1917 bis 1919 Hermann Wolf, 1919 bis 1928 Georg Töne, 1928 bis 1932 Jean Gröniger, 1932 bis 1938 Ernst Beckmann, 1938 bis 1945 Walter Gerber, 1946 bis 1973 Wilhelm Brübach. Im Wappen war die Burg Ludwigstein abgebildet, die auch in das Wappen des Werra-Meißner-Kreises integriert wurde. Gemeinden Bis zu den ersten Gemeindefusionen im Jahre 1970 bestand der Landkreis Witzenhausen aus 57 Gemeinden, von denen vier das Stadtrecht besaßen. Am 1. Februar 1971 entstand durch den Zusammenschluss mehrerer Gemeinden die neue Gemeinde Neueichenberg. Nach einer Reihe von weiteren Gemeindefusionen bestanden im Landkreis Witzenhausen zum Zeitpunkt seiner Auflösung am 31. Dezember 1973 noch 29 Gemeinden. Gleichzeitig mit der Auflösung des Landkreises fanden zum 1. Januar 1974 noch zahlreiche weitere Eingemeindungen statt. Aus dem Altkreis Witzenhausen traten damit letztendlich mit Bad Soden, Allendorf, Großheimer Rode, Hesse Schlichtenau, Neueichenberg und Witzenhausen fünf Gemeinden in den neuen Werra-Meißner-Kreis ein Kfz-Kennzeichen. Am 1. Juli 1956 wurde dem Landkreis bei der Einführung der bis heute gültigen Kfz-Kennzeichen das Unterscheidungszeichen Wiss zugewiesen. Es wurde bis zum 31. Dezember 1973 ausgegeben. Seit dem 16. September 2013 ist es im Werra-Meißner-Kreis wieder erhältlich. Seit dem 16. September 2013 ist es im Werra-Meißner-Kreis.